Wir sehen, wir haben ein Weidezaungerät gebaut, ne? Ihr wart ja nur auf nicht öffentlichen Verkehrswegen unterwegs, ne? Wir waren nur auf Fahrdrauf- und Runterfahren. Ja, das meine ich auch. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir müssen den neuen Vlog ja mit dem noch anfangen, mit dem wir im letzten aufgehalten haben, ne? Zwischenzeitlich habe ich mir hier mein Auto reingeholt, weil wir dort keine Beleuchtung haben. Ähm, ja, die hat uns verlassen und ich habe Hoffnung, dass mit diesem Ersatzteil hier vielleicht das wieder funktioniert. Denn alles, was einfach war, habe ich schon gemacht und das hat nicht funktioniert. Aber um darauf zurückzukommen, wir müssen ja noch abarbeiten, was quasi noch geschah, bevor das hier geschieht. Genau, da waren wir nochmal Ladewagen fahren, ähm, zwischen den Wolkenbrüchen nochmal einmal kurz ein bisschen was auf den Haufen fahren. Und da sind ein paar Aufnahmen entstanden und die enthalte ich euch natürlich nicht vor. Äh, ich werde auch immer auf Instagram teilweise so gefragt, wenn ich da in die Bild poste, so, ja, zeigst du das im Video? Selbstverständlich, wir zeigen alles im Video. Äh, sonst hätten wir ja keine Videos, ne? Ähm, von daher haue ich euch jetzt mal die Aufnahmen rein vom Ladewagen fahren. Ähm, genau. Also, viel Spaß damit. Herzlich willkommen zum ersten Schnitt, beim ersten Schnitt. Haha, Wortwitz. Ja, wie es zu dieser Szene gekommen ist, dass ich mir so leicht in den Finger geschnipselt habe. Oh, Berg. Hier, das zeige ich euch jetzt. So, es hat einmal ordentlich gerummst. Da brauchen wir Werkzeug. Das hier, das hier. Ich glaube, das müsste richtig sein. Uns hat es nämlich hier eine Feder weggejault. Muss ich mal selber gucken, welche. Da kann man die Lücke sehen. Es ist also bei diesem Messer hier. So. Dann hängt man die Feder dann wieder ein. Die kommt denn hier unten rein. Wenn es dann hinhaut. Wenn es einfach gehen würde, würde es wieder jeder machen. So. Ziehwerkzeug. Finger nicht abschneiden. So. Aber wir nehmen mal besser das Messer raus. Ist mein Werkzeug weggefallen. Braucht mehr Werkzeug. Ja. so jetzt ist da wieder eine neue feder drin ich hatte noch ein paar messer rausgenommen die stecken wir da jetzt wieder rein übrigens anderes bild mit niedrig dach und so ein glas leider dahinter hier ist ja leider noch nicht so viel dass man da das vorgewände weg sammeln kann damit man ihm am schwaden helfen kann aber das macht nichts dann sammeln wir hier eigentlich noch reichlich zuerst wollte das nicht wachsen denn denkst du mal kommt irgendwann dazu das zu mähen und dann vergehen wir mal zehn tage und dann ist das zeug ausgeschossen als wenn da als wenn kein morgen kommen wahnsinn aber so ist das nun mal hier sammeln da da ein und fahrrad auf dem hausen so angekommen auf die mitte straßenfahrt raus ich brauche mal ein pflaster damit dieser ton nicht so laut ist glas axion 8 30 schön mit der trommel und 5 16 klatschen so könnte das passen aber zwei zappfälle an so anfang bisschen schneller hier oben liegt schon ein bisschen mehr und nachher ein bisschen langsamer da hinten liegt noch nicht so viel das ist auch zu merken dass das trockener wird das merkst du richtig wie das anfängt nach hinten zu rutschen wieder schneller rutscht schneller werden schneller werden Klappe zu, zweite Stufe Knickdachsel ein bisschen hoch Straßenfahrt und Abfahrt So, ein Traum All das, was ich jetzt erzähle, habe ich eben schon mal erzählt Aber die Kamera war nicht an Kann passieren, ne? So, Straßenfahrt raus, Knickdachsel runter Muss ich noch nie so grinsen, schrieb einer unter dem Video Ja, oh ein Hasi Der Laberkopf ist wieder unterwegs Wo ich mir aber denke Wir haben hier einen Vlog zu packen Das ist ein Videotagebuch Das besteht aus Erzählen Ich bin nur so nett und zeige so viele andere Sachen Und so viele Fahrsequenzen, wenn ich sie dann habe und kann Damit das für alle spannend ist Aber generell Ist ein Vlog Eine Erzählgeschichte Nichts anderes So, als wenn man sich abends hinsetzt und ein Tagebuch schreibt So, dass das Ding hier den ganzen Tag überläuft Ja, so ist das Wollte nämlich erzählen, das Silienmittel ist jetzt an Ähm, das steht jetzt auf Automatik Also immer wenn die Pickup unten ist Dann geht auch das Wasser an Oder die Mikrobakterienbrühe Oder wie man es nennen möchte Ähm, genau Wenn ich jetzt erstmal Achse sperren Dann müssen wir jetzt rückwärts fahren Dann mache ich die wieder hoch Die Pickup, zack, geht das Ding aus Ich habe auch schon Situationen gehabt Auch auf dieser Koppel da ist das so ein bisschen so Da kann das auch mal passieren, dass das ausgeht Weil, äh Weil da so ein steiler Berg kommt Dann könnte man das übersteuern, ne? Also, so eine Wie willst du das nennen? So ein Buckel in der Koppel ist da, so Dann könnte man das noch übersteuern, wenn man das vorher merkt Aber ob da nur eine Sekunde lang das Wasser aus ist oder nicht Das spüren dann auch keine Geige So, die sammeln wir hier mal weg Mit einem leeren Wagen In nassen Jahren ist das hier nämlich auch mal weich So, die auf die Taste Heute ist hier langweilig, hier ist gar keine Fetel. Ich hatte schon Angst, da war hier Party. Ich kann dir noch erzählen, die Zapfwelle läuft nach ihrer Fertigstellung sozusagen. Total schön geschmeidig. Richtig schön, so wie das muss. Ihr könnt ihn sehen, der zweite Wagen. Fett 820 mit Klar... Quatsch! Mit Pöttinger Toro 5100, meine ich, heißt ja. Das ist auch ein schönes Gespann. Voll voll. Ich könnte jetzt irgendwo drei Meter mitnehmen. Mal sehen wir mal ran. Ne, ne. So, hier den Deich hoch sozusagen. Allrad aus, zweite Stufe. Und dann? Schuss. Schuss. Und dann? Ja. Okay. Ich sage das. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles weg! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hatte keinen Zeig, ich hatte keinen Wenzel mit, ich dachte es wären gute Aufnahmen, sind es bestimmt auch geworden. Aber es hat nichts geholfen, jetzt ist sie weg. Mit dem guten Magnetfuß dran, ich drehe durch. Oh je. Na ja, wir gucken nochmal, ob wir sie vielleicht doch nochmal sehen auf der Straße, weil wir gerade sagen, hier am Knick oder so. Sieht hier aber auch, muss ich hier schon mal festhalten, so bergaufwegs hier. Ist weg noch keiner? Hm. Ich sag mal, GoPro kann kleine Hüppel ganz gut kompensieren. Aber jetzt können wir wieder hacken, das Ding. Ich hoffe es hat euch gefallen, was ihr gesehen habt. Katharina hat ein bisschen von außen gefilmt, das ist ja auch nochmal immer ein bisschen interessanter. Genau, Auto, wir hatten das schon mal an so einem Auto hier, da hatten wir allerdings die Scheinwerfergeschichte defekt ja Fernlicht und Abblendlicht. Es ist ja so, dass er einen Xenon-Brenner hat, der sowohl Fernlicht als auch Abblendlicht ist, ne. Und sich da drinnen eine Klappe hin und her stellt, die dann quasi das Fernlicht realisiert. Ähm. Ja. Das ist aber nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass generell kein Licht aus diesem Xenon-Brenner kommt. Ähm. Dann habe ich einen neuen Xenon-Brenner eingebaut, weil ich dachte, oh der ist kaputt, fertig, hast du im Handvorrat, tauscht, machst du rein. Nein. Dann habe ich es ausgelesen mit meinem Auslesegerät, sehen wir nachher auch noch. Und da steht drinnen, Leistungsmodul abgeschaltet. So. Ja. Habe ich geguckt, gemacht, getan, habe versucht zu quittieren, geht nicht. Kurzschluss, bla, weiß ich nicht. Ich habe jetzt noch ein Leistungsmodul besorgt, in der Hoffnung, dass uns das Leistungsmodul abgeraucht ist und wir einfach durch ein neues Leistungsmodul dem Fehler herwerden. Ähm. Coolste Sache bei so einem Touareg ist halt, du hast hinten im Handwerkzeugvorrat so einen Schlüssel, gehst hier rauf, da unten steht ein Schild, open, closed, da gehst du rauf, dann gehst du hier auf open, dann drehst du, aha, dann drehst du da open, zack, jetzt ist da noch eine kleine Spange, die muss ich mit zwei Händen machen und dann hast du den Scheinwerfer in der Hand. Bestes Patent könnte ich mir wünschen für jedes Auto. Dieses mit den Fingerbrechen, ich will da ein Bähnchen tauschen oder hier ein Leuchtmittel tauschen und muss da rein, dann komme ich da nicht rein, dann bist du froh, dass du den Deckel abhast. Wenn du den Deckel abhast, nee, erstmal musst du ganz oft irgendwas wegbauen, damit du an den Deckel kommst, dann hast du den Deckel ab. Dann bist du da drin und fummelst da rum, diesen Leuchtscheißer auszubauen, zum Spucken. Das hier tipptopp. Das ist das Leistungsmodul, das hier ist das neue, sieht zumindest ja schon mal gleich aus, ich habe wieder ein Original, das ist hier ein Valeo, ich habe wieder ein Valeo genommen. Bei den bekannten Plattformen sind auch so viele chinesische Geschichten unterwegs, die sind auch wesentlich billiger, aber ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Ich weiß auch nicht. Da habe ich mich also für das entschieden. Es ist so, dass wir hier über diesen Stecker wird 12 Volt Versorgung gemacht und hier drauf sitzt unser Xenon Brenner. Vorbereitet natürlich. Ist jetzt der verkehrte. Drinnen sitzen diese Xenon Brenner, D1S. Das ist ein D2S, der ist im Audi drin. Ich wollte das nur einmal zeigen. 35 Watt hat diese auch, 35 Watt und 80 Volt. Das ist das, was ich sagen will. In diesem Modul hier werden 12 Volt Bordspannung hoch transformiert auf 85 Volt und dann 35 Watt. Und hier steht auch noch was mit 1000 Volt. Ich weiß nicht, ob das noch eine Zwischenkreisspannung ist, aber wenn so ein Leuchtmittel 85 hat, dann hat es 85 Volt. Na ja, das ist Betriebsspannung. Es kann sein, dass zum Zünden vorher irgendwie eine größere Spannung da ist. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall findet das hier drin statt in diesem Leistungsmodul. Und das werden wir jetzt mal dort einbauen. Und dann hoffentlich, müssen wir das bestimmt noch irgendwie anlernen oder so, und dann hoffentlich wieder Licht haben. und dann werden wir hoffentlich wieder Licht haben, so muss es heißen. So, Lampe für Abländlicht, Scheinwerfer rechts, Kurzschluss nach Masse. Kurz löschen. Sind Sie sicher? Ich bin mir ja mal sowas von sicher. Fertig und zurück. Aber das war das noch nicht. Es ist irgendwie noch anders. Es ist irgendwie noch anders. Zentralelektrik, Standheizung, Leuchtweitenregelierung, Schalltafeleinsatz irgendwo. Also, das muss ich auch hinzeichen. Schalltafeleinsatz irgendwo. Ähm, war noch was. So ein Touareg lebt ja von Fehlern, ne? Also, wer so ein Touareg fahren möchte, der muss sich sicher sein. Fehler kann er. Keine Fehler gefunden. Fertig und zurück. Ne, das ist aber noch nicht so das. Ich muss noch mal gucken. Es war noch irgendwo anders. Das Schlimme ist, man will ja immer gerne alles beherrschen können, ne? Wir sehen hier unseren Transformator sozusagen und ein Birnchen, wobei das das Ding ist, was da drinne war, was auch schon mal neu gekommen ist. So. Jetzt habe ich das Leuchtmittel mit dem Travo laufen lassen. Jetzt nehmen wir erstmal das Leuchtmittel, wie es im Ursprung mal war, wie es ja nicht geht. Das Leuchtmittel mit dem Travo. So. Da geben wir stumpf 12 Volt drauf. Das ist alles kein Hexenwerk. 12 Volt drauf und Dings. Dann sehen wir ein Ergebnis. Kommen wir da hin. Da war der Dampf mal wieder leer. So. Jetzt sehen wir ein Ergebnis. Plus darauf, Minus darauf. Zack. Und wir sehen, wir haben ein Weidezaungerät gebaut, ne? Ich ziehe ja Strom aus dem Netzteil. Jetzt nehmen wir mal Strom aus einer Batterie sozusagen. Das kann sein, dass wir nicht hier noch, dass in dem Moment der Dampf nicht reicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber mein Gott, ich will es nicht ausschließen. Da fließt ein hoher Strom, das ist mir ja klar. Und einen hohen Strom kann eigentlich immer nur eine Batterie liefern. So. Nächster Versuch. Sind wir drauf? Wir sind drauf. Plus Minus. Ja. Also. Das ist die Seite, die funktioniert. Die funktioniert auch wirklich. Jetzt nochmal die Seite, die angeblich nicht funktioniert. Nehmen wir erstmal das alte Steuergerät. Steuergerät. So. Meine Herren nochmal, das kann doch wohl nicht angehen. Es fiept. Und es funktioniert. Nicht defekt. Und ich wollte jetzt fast eine Werte abschließen, dass das Kabel einen in der Klatsche hat. So. Jetzt das neue Steuergerät. Jetzt muss ich jetzt mal einmal wieder gucken, wo Plus und wo Minus ist. Ich kann durchdrehen kann ich. Das funktioniert natürlich auch. Es ist hardwaretechnisch alles heil. Und ich hätte das mal vorher testen sollen. Aber man verlässt sich dann auf so Software-Aussagen, die ich euch jetzt zeige. So. Wenn ich hier jetzt in meinem Auto in die Zentralelektrik gehe, dann studelt sich das Steuergerät da. Verbindet sich jetzt mit meinem Schleppi. Dann gehe ich in den Fehlerspeicher. Und in meinem Fehlerspeicher sagt er, Lampe für Abblendscheinwerfer rechts. M31. Kurzschluss nach Masse. Und dann sporadisch. Lampe für Fernscheinwerfer rechts. Also einmal haben wir Abblendlicht, einmal Fernlicht. Masse. Eingriff. Lastmanagement. Das ist mein ganzes Problem. Dann sagst du kurz löschen. Wirklich löschen. Dann sind die erstmal weg. Das hat aber nichts zu sagen. Dann gehst du in Anpassung. Und hier haben wir dieses Energiemanagement Zähler für Abschaltpriorität. Und da steht jetzt ein Wert drinnen von 14. Das heißt hier, jetzt kommt das auf. Wird ein Verbraucher abgeschaltet, so wird der Zähler für Abschaltpriorität erhöht. Wertebereich 0 bis 14. Standard zurücksetzen 0. So. Wir machen Standards zurücksetzen. Ne, wir machen hier unten mal Test. Dann testest du. Dann stell dir auch fest. Oh, da ist gar kein Kurzschluss mehr. Also 0. Also gibst du hier oben eine 0 ein. 0. Dann sagst du. Hm, so geht es jetzt irgendwie wieder nicht. Fertig und zurück. Aber eigentlich muss ich speichern machen. Also nochmal das Ganze. 14. Test. 0. Dann kann ich den hier runter machen. Ich verstehe es nicht. Ich habe vielleicht einfach nicht das richtige Gerät. Jetzt sind wir auf 0. Jetzt sagen wir speichern. Dann sagt er, ja, wollen sie wirklich sichern? Sicher. Wir wollen sichern. Wir sind so sicher. Zack. So. Fertig und zurück. Fehler. Speicher. Fehler gefunden. Eingriff. Lassmanagement. Ja. Ich habe ja nicht mal Scheinwerfer drin. Er hat zumindest jetzt nicht gedudelt gesagt, dass es dann Kurzschluss ist. Aber es ist ein Problem. Ich glaube, ich bin softwaretechnisch nicht in der Lage dieses zu beheben. Und das wurme ich, weil ich will es ja selber können. Kann ich nicht. Muss ich wohl jetzt mal irgendwie in die Werkstatt meines Vertrauens anrudern, die da irgendwie Möglichkeiten hat darauf zuzugreifen und das vernünftig zurückzusetzen. Es gab einen Kurzschluss, ich weiß es, ähm, bei dieser Klappenverstellung für die, äh, fürs Fernlicht. Und der ist, glaube ich, zurückgeschlagen. Und dann hat er es abgeschaltet. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber es muss sich ja wieder einschalten lassen. Und das ist mein Problem. So. Jetzt habe ich euch genug damit genervt. Ich experimentiere noch ein bisschen rum. Aber ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass ich in eine, äh, ich habe einen Bekannten, der hat eine Werkstatt. Der muss mir immer helfen. Ja, nach meinem Misserfolg mit dem Auto gestern, muss ich erstmal irgendwas Produktives machen. Ich muss das nochmal genau nachkugeln. Also es ist so, dass das Steuergerät, da gibt es ein Hauptsteuergerät und das liefert den Strom direkt zu dem Scheinwerfer. Der Weg ist in Ordnung, aber das Steuergerät gibt das einfach nicht frei. Ich kriege es einfach nicht hin. Aber ich muss auch mal nachkugeln. Das muss noch zu finden sein. Ich muss das auch hinkriegen. Ansonsten muss das eben ein Kumpel von mir machen. Das ist halt auch gut. So. Genau. Produktives. Der Ladewagenkotiv wird hier reingestellt erst nachts. Ähm. Den müssen wir ja nochmal einmal wieder durchgucken. Für den nächsten Einsatz. Äh, das hat sich alles so, ja. Eigentlich war das alles schon geplant. Und dann kam wieder Regen und dann wieder nicht geplant. Und, jo, was willst du machen, ne? Aber nützt nichts. Messer müssen gedreht werden. Durchgeguckt werden muss alles. Abgeschmiert werden muss alles. Ähm. Wollte noch mulchen. Das hätte heute ganz gut gepasst, weil das Wetter auch ganz gut ist. Hab ich da angerufen. Aber das hat sich jetzt erstmal sehr schlagen. Das soll nicht gemult werden. Oder ist das eben auch so, ne? Ist ja alles nicht schlimm. Vernünftig kommuniziert ist alles immer kein Problem. Ja. Siehste. Jetzt gucken wir mal. Hangeln wir uns mal hier raus. Wie immer eng. Aber nicht schlimm, ne? Ich war neulich Nacht. Neulich Nacht. Vorgestern Nacht eigentlich schon fast davor geradeaus reinzufahren. Vorwärts. Aber ich hab Angst, dass ich das rückwärts nicht rausgedrückt kriege. Ich hab das mal vorwärts reingefahren. Und da hab ich, weiß nicht, zwei Stunden rangiert, bis der wieder draußen war. Weil das einfach, das passt nicht. Naja. Es ist, jeder der herkommt sagt, oh das ist aber klein hier. Genau. Aus den Videos kommt das nicht so rüber. Aber es ist nicht groß hier. Die Vorgehensweise ist eigentlich immer die gleiche, ne? Ich, äh, schnapp mir gleich meine Fettpresse. Mit der Fettpresse gehe ich rum, schmiere meine einzelnen Punkte ab. Wir werden dieses Mal die K80 Kugel, werden wir einmal, ähm, hochnehmen an der Stütze. Du hast zwar hier einen Schmiernippel, da an der Seite. Ähm, das ist ja eine Walderscheid Kugel. Die hat von unten keinen Schmiernippel, ne? Das sieht zwar, kann man da, ja, da ist ein Loch, aber da ist kein Schmiernippel vorgesehen. Zumindest nicht bei dieser. Bei Scharmüller ist das so. Ähm, aber jetzt ist das mal fällig. Wir nehmen den einmal hoch, machen nochmal Fett drauf und machen sie dann wieder rauf. Ähm, wenn man hier zu Hause ist und dann legst du hier noch einen Klotz unter, dann geht das dreimal so schnell, dann ist das fix gemacht, ne? Genau, dann gehe ich die Schmiernippel ab. Guck das alles einmal durch. Guck einmal durch, ob die Pickup überall sauber arbeitet und ob da nicht irgendwas andengelt und ob da irgendwie Zinken fehlen. Fett ran. Was ich dann immer noch mache, ich habe dann immer, wenn ich die Fettpresse entgangen habe, immer ein Augenmerk, ist hier vielleicht irgendwo irgendwie was gerissen oder so. Das ist so noch so eine Herangehensweise, ne? Dass man halt immer guckt. Das kann ja auch immer sein. Messer, ähm, Messer, äh, sind jetzt so, die werden wir einmal drehen, dann haben wir es. Die sind ja von dieser Seite noch scharf. Die müssen nur einmal gedreht werden. Da auch eben alles einmal durchgucken. Rum gehen. Man könnte jetzt, jetzt könnten wir am Axt Aggregat einmal schmieren. Das wäre jetzt vielleicht fällig. Guck mal, ich habe sogar noch Laub mitgebracht. Ist ja auch gut. Hinten einmal gucken, einmal abschmieren. Ähm, das sieht ja auch alles soweit ganz gut aus. Dann die Ketten einmal ölen. Auf dieser und auf der anderen Seite oben sind Ketten drunter. Die müssen einmal geölt werden. Diese hier sieht man, die ist noch schmierig. Ja, dann auf dieser Seite genau das gleiche. Abschmieren. Hier geht noch ein Kreuzgelenk runter zur Pickup. Das eben auch nochmal abschmieren. Dann nochmal beim Trecker Öle gucken. Motoröl, Getriebeöl. Äh, ja, mehr fällt mir nicht ein. Also da ist so die Herangehensweise. Ähm, brauche ich glaube ich nicht weiter erläutern. Könnt ihr euch alle schon denken. Ähm, zeigen wir aber gerne zwischendurch immer mal wieder. Aber dass ihr mal einmal wisst, wo drauf ich so achte, was ich so mache. Es ist kein Geheimnis, ne? Das ist kein, war, Mensch, weiß Gott kein Geheimnis. Aber man kann das ja einmal so erklären und dann passt das, ne? Genau. Und dann schieben wir das Aggregat wieder in die Halle und warten auf den nächsten Einsatz. Ähm, den werden wir in diesem Video nicht mehr sehen. Wenn ich das alles so richtig weiß. Denn ich soll Mittwoch, also quasi wenn das Video rauskommt, Mittwoch soll ich fahren. Genau, dann wird das also im Video nicht mehr kommen. Aber ist ja nicht schlimm. Bis dahin fallen uns noch andere Spielereien ein. Hier, äh, hier schon. Hat auch schon einer in den Kommentaren geschrieben. Der dreht nur in eine Richtung. Puh, hab ich mich jetzt gar nicht mit auseinandergesetzt. Ähm, sehe ich jetzt auch als nicht schlimm an. Eine Siebanlage dreht ja auch immer nur in eine Richtung. Und du hast ja hier den Vorteil, wenn du es am Bagger hast, du kannst ja dann während du siebst, während der dreht noch hier hin und her schwenken so ein bisschen, ne? Ähm, es kommt ja auch immer auf die Anwendung drauf ran. Äh, das kursiert ja ein so ein Video, wo da einer in so einem Lehmhaufen drin rumfuchtelt mit dem Löffel, wo ich so denke, nee, das ist gar nicht die Anwendung. Da kannst du tausend andere Sachen machen, aber dafür ist so ein Sieblöffel nicht geeignet. So ein Sieblöffel, also so ein Trommelsieb-Geschichten-Kram da. Das ist dafür geeignet, um trockene, fluffige Ware auf links zu drehen. Und da rauszuholen, was da an Müll drin ist. Und nicht, um irgendwelchen Lehm geschmeidig zu machen oder sowas. Da sehe ich die Anwendung nicht drin, also das weiß ich nicht. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, was wir auch noch mal ausprobieren, wenn man jetzt eine Auffahrt hat, so wie wir, eine Steinauffahrt, und man dann quasi damit ein bisschen was abzieht, das dann trommelt. Es muss auch ein trockener Tag sein, geil. Es muss trocken sein, definitiv. Ob man da vielleicht das abgezogen kriegt, so ein bisschen mit. Muss man mal sehen, wie das hier mitgeht. Und dass man dann... Wir werden auch definitiv das feine Sieb einbauen. Hat mit unseren Wurzeln zu tun. Wir sehen jetzt immer mehr, wo nur so mini mini Stücken von dieser Wurzel sind, fängt das Scheiße an zu wachsen, dieser Knöderich. Deswegen muss das ganz fein ausgesiebt werden. Wir werden das feine Sieb nehmen und so ist das auch, wenn du so eine Auffahrt hast mit Stein. Feines Sieb und dann einmal die Auffahrt quasi damit durchsieben und das feste Material gleich irgendwie in eine Front oder Schaufel oder auf eine Schubkarre oder auf einen Anhänger und wegfahren. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert. Werden wir auch ausprobieren, keine Frage. Wir gucken mal in diesem Video, werden wir das mal sehen. Ich werde mal gucken, ob ich da passende Anschlüsse für habe, dass wir Schläuche hinkriegen, dass wir das Ding mit dem Bagger verbunden kriegen, dass wir den feinen Korb rankriegen. Das hier ist grob, das ist fein, dass wir den dran kriegen. Und dann werden wir auch sehen, warum der nur in eine Richtung drehen kann. Kann man das eigentlich jetzt schon drehen? Nee, das ist hier stramm dran. Genau, das kriegen wir hin. Aber ich schmier jetzt erstmal ab und dann sehen wir weiter. Wir müssen uns geräuschtechnisch mal gegen den Rasenmäher durchkämpfen. Der Rasenmäher, da kam immer mal die Frage. John Serret FM, FR 216, 16 PS, 1 Meter und ein bisschen Schnittbreite. Drei Mulchmesser. Also drei Messer. Deswegen kein Zahnriemen. Die sind quasi so, dass sie so angeordnet, dass die Messer nicht aneinander schlagen können. Und da ist hinten Blech drin, das kann man reinmachen oder rausnehmen. Wenn es drin ist, hat man die Mulchfunktion, so mähen wir. Und wenn man ein bisschen mehr Masse hat, kann man dieses Blech auch rausnehmen. Das Mähwerk kriegst du ja ruckzuck aufgeklappt und dann kannst du mehr Masse durchjagen. John Serret wird glaube ich nicht mehr so gebaut. Also es ist ein Husqvarna, den John Serret angemalt hat. John Serret gehörte Husqvarna. Also das mal so als Info dazu. So, wir sind hier noch nicht fertig. Ich habe mein Werkzeug wieder rausgeholt hier. Und zwar können wir hier sehen, was wir neulich zu Anfang des Videos hatten. Und zwar ist hier ja dieser Fremdkörper reinmarschiert. Und hier ist der Hauptfremdkörper reinmarschiert. Können wir das gut sehen? Da hat es also richtig Aua gemacht. Und der war auch in so einer blöden Kante, dass er so viel Kraft ausgeübt hat. Oder das Messer musste so weit ausweichen, dass da diese Feder ja weggefallen war. So, jetzt haben wir hier noch den Fall. Hier sind die beiden. Die sind total gelenkt. Ich kann die normalerweise gerade so, dass ich da mit Kraft. Aber diese hier, die sind total gelenkt. Die kann ich jetzt von Hand hier aushaken. Ohne mein Werkzeug. Und dann gucken wir uns die mal an. Wenn ich sie dann rauskriege. Komm schon Freundchen. Mach's dem Onkel doch nicht so schwer. Er kriegt sie nicht raus. Und jetzt hakt der Handschuh da drin. Ich werd weiche meine kleinen Hirne. Ich dreh durch. Muss ich mich dann noch runterlegen. Keiner rettet mich. Hier sieht man die neue. Und hier neben ist genau das gleiche. Kann ich auch so von Hand aushaken. So, die anderen sind alle schön stramm. Ich muss von unten arbeiten. So, ich nehm wieder mein Surfbrett. Viele fragen hier immer, ne? E-K-Tech steht da drauf. Aber das könnt ihr kaufen bei ökoprofi.at. So. Zack. Die eine. Zack. Die andere. Da darf man die Kopf nicht unterhalten. So sehen diese Federn aus. Die sind einfach jetzt überlenkt, ne? So sehen sie denn im Original aus. So ist eine Höhe. Kann man das mal sehen, ne? Ja, also die haben diesen Crash nicht so gut überstanden. Und ich hab ja immer Federn dabei und mein Spezialwerkzeug. Diesmal nehme ich gleich meinen Schraubendreher. Und diesmal wollen wir wieder keine Messer rausnehmen und uns schneiden. Diesmal hab ich Handschuhe an. Ich weiß auch nicht, wieso ich das immer so. Man denkt immer, man kann die Welt denn besiegen. Wir machen es mal wieder. So. Erstmal von oben einhaken. Das schneidet schon hier oben an meinen Arm, ey. So. Einmal übergehakt. Jetzt müsste ich an mein Werkzeug ran. Einmal den Draht und einmal meinen Schrauben drehen. So. Das hatte ich mir patentrechtlich schon mal gebaut. Das hat das jetzt immer gut geholfen. Aber wir sehen, dass wir uns da ein Krebs nach dem anderen mit reinhören. Wenn wir das nicht machen, hier mit ausbauen. Vor allen Dingen, weil es zu schnell geht. Oh. Das ist ja geil. Axel hat Messer vergessen beim Drehen. Weil er so überwältigt war, dass die Feder da weg war bestimmt. Nicht gedreht. So. Ist hier jetzt mehr Platz? Da und da. Nehmen wir noch eins raus. Das hätte mir auch fünf Minuten früher auffallen können, dann wäre das ein bisschen leichter gewesen. Ich hatte die Messer ja schon fast alle raus. So. Hier einhaken. Und dann müssen wir ja hier, hast du das auf deinem Schirm, hier über diesen Nups hier rüber. Ja, hab ich hier. Komm schon. Zack. Fast. Mein Draht muss auch noch wieder mit raus, ne? So. Draht raus. Zack. Neue Feder drinnen. Jetzt ist der auch wieder stramm. Pfff. Pfff. Autos schrauben. Ist ja meine Lieblingsbeschäftigung, ne? Aber es nützt alles nichts. In diesem Video hatten wir schon, dass ich an dem Scheinwerfer versage. Jetzt habe ich immer was Neues gesucht. Mal gucken, wie es da so aussieht. Ähm. Jetzt liegt zwischendurch immer nochmal die Meldung. N... N291, glaube ich. So heißt, glaube ich, dieser Sensor. Ähm. Dieser Sensor ist hier in diesem Block verbaut. Das ist der Ventilblock für die Luftfederung jetzt vom Touareg. Ähm. Und ja. Was will ich mich da großartig lange mit rumärgern? Ärgern? Keine Ahnung. Das ist relativ sporadisch, sag ich mal. Aber... Wenn du das hast, regelt dein Fahrwerk nicht mehr. Hast du da so einen Anhänger hinter, da steht deine Karre auf halb 8 und hast du nicht gesehen. Kannst dann das Auto wieder ausmachen, wieder anmachen und dann geht das wieder. Ja. Da ist ja auch niemandem mitgeholfen. Also musst du dabei. Und wir müssen uns auch nichts vormachen. Das kannst du alles machen lassen. Dann würde ich aber nicht diese Karre hier fahren. Das ist nämlich auch Fakt. Weil das kann nämlich keine Sau bezahlen. Äh. Alles was du an so einem Touareg machst. Das ist... Da ist das Teil schon teuer. Und wenn dann noch einer dran fummelt, dann wird das noch teurer. So. Also habe ich mich entschlossen diesen Klotz zu besorgen. Äh. Auch komplett mit allen drum und dran. Mit Schrauben und diesem Blech. Und hast du nicht gesehen. Das war 2-3 Euro teurer. Aber dafür hast du diesen ganzen Gammel nicht. Ich habe jetzt schon. Hier kann man sehen. Um nur dieses Plastik loszukriegen. Diese Schrauben. Die sehen schon so aus. Da hast du schon Geburtstag. Dann nimmst du schon hier einen Hammer und klopfst vor. Da liegt er. Dann nimmst du einen Schlagschrauber. Oder halt hier Knaderinsky. Ganz vorsichtig. Das hilft auch alles nicht. Und im Endeffekt landest du dann doch wieder bei der Variante hier. Und bohrst das Ganze auf. Ja. Es ist äh. 2005er Baujahr. So. Wenn da 17 Jahre lang die Schraube da unten mit Salz und Wasser und Co. irgendwie in Berührung gekommen ist. Dann will ich hier wohl auch gönnen, dass sie sich schwer lösen lässt. Ne. Ja. Ist damit bei. Äh. Ist halt ärgerlich. Ich habe jetzt hier. Kann man sehen. Bin ich jetzt so auf die Himelbühne gefahren. Wie kann man das denn mal sehen? Also ich stand schon drauf. Und habe sie dann angehoben. Ähm. Und ich muss jetzt gucken. Jetzt gehe ich ja ans Luftfahrwerk. Das heißt also. Wenn ich mich jetzt nicht beeile. Ich müsste das mal rausfinden. Wenn ich einzeln die Schläuche tausche, ob das geht. Denn. Die Kiste sackt ja noch ab. Ne. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Aber. Das mal so als Randinfo. Solche Dinge kosten richtig Zeit. Das dauert richtig ein paar Stunden. Und dann zeige ich euch das kurz. Weil irgendwas muss ich euch ja zeigen. Weil das sind so Dinge, die mich rumtreiben, die ich so mache. Und die kommen halt mit ins Video, ne. Ja. Gut. Also. Das haben wir gelöst. Wir wissen jetzt, dass hier unser Problemfall ist. Dort sitzt der sensorgeführte Block mit den verschiedenen Anschlüssen. Wir sehen da. Grün. Rot. Gelb. Blau. Hast du nicht gesehen? Das sind die ganzen Leitungen. Und die spiegeln sich hier natürlich auch wieder, ne. So. Es ist ja kein Geheimnis. Dieser Ventilblock. Ähm. Dieses Auto hat ja im Grunde genommen vier Stoßdämpfer, wie jedes andere Auto auch. Allerdings haben die eine Öl-Luft-Füllung. Der Audi hat ja nur Luft. Kann also nur die Höhe variieren. Dieser hier hat ja Öl und Luft. Die Luft macht die Höhe. Und das Öl da drin, das kann ich einstellen, ob ich es komfortabel haben will, mein Dämpfer. Oder ob der stramm sein soll für Sport. Dann hast du nicht gesehen, ne. Ja. Hier haben wir dann eigentlich nichts besonderes. Hier haben wir P, also Druck. Dann haben wir FR vorne rechts. Hätte ich jetzt gesagt, ne. FR vorne rechts. RL. Hm. Rear-Left. Front-Right. Ja. Front-Right. Rear-Left. Rear-Rear. Ha. Res. F und P. P ist Druck. Will ich wohl einsehen. F ist, weißt du nicht. Und Res. Hm. Das eine geht noch auf den Kessel. Das wird wohl Res Reserve sein. Er hat ja noch einen, er hat ja noch wie so einen Kompressor einen Druckspeicher noch. Genau. Hm. Gute Frage. Aber eigentlich, eigentlich hätte ich jetzt gesagt, 1, 2, 3, 4 zu 4 verschiedenen Achsen und eins in den Kessel, ne. Ach, ist auch egal. Müßig drüber zu diskutieren. Ähm. Ich werde mal gucken, dass ich das in getauscht kriege. Wir sind hier natürlich nicht im Bereich Raketenwissenschaften unterwegs, aber es ist schon tricky, ne. Also ich sag mal, jedes Auto hat das ja nicht, sondern nur die, die Luftfahrwerk haben. Ich hab, äh, das ist der Kompressor hier. Der hat hier, ich hab schon mal einen repariert. Also beim Audi hab ich den neu gekauft und dann hab ich mir noch einen Reparatursatz gekauft, weil ich dachte, das ist eine gute Idee. Da ist ein Plastikkolben drin. Das kannst du nicht glauben. Ist aber so. Ist ein Plastikkolben drin. Ist halt einfach ein Kompressor, der ganz normal Luft verdichtet. Ähm, das ist das. Und dann, äh, ja, hat er zwei Anschlüsse. Mutmaßlich saugt er sich irgendwo saubere Luft her. Mit dem einen Anschluss und mit dem anderen, äh, gibt er Druck. Das ist nämlich der schwarze. Wo ist hier unser Teil? Das andere ist der schwarze. Siehste? Passt. P für Pressure, ne. Und der braune, das wird mutmaßlich irgendwie hier die Leitung sein, wo er angesaugt. Und dann geht das hier auf unseren Klotz. Und da haben wir ja dann noch die anderen Leitungen. Ähm, und von da aus verteilt sich das eben zu den einzelnen Federn. Und ich behaupte mal auch zum Druckluftspeicher. Also zum Kessel, ne. Äh, man soll die Anschlüsse ein bisschen abschneiden. Dafür ist dieses Werkzeug mitgeliefert. Ich hab Glück. Wir können das ein bisschen professioneller machen. Wir hatten von euch ja mal bekommen so eine schöne Zange. Die macht im Gegensatz zu dem Knapser, der dabei war. Da will man nichts gegen sagen. Vielleicht einen schöneren Eindruck, wenn die dann das Ding verwenden. Und dann soll man da 5 mm von der Leitung abschneiden. Und, ähm, 5 mm abschneiden. Und dann das hier einfach so weit reindrücken, bis Anschlag ist, ne. Genau. Das ist so ein, schraub mich rein, Eimer-Patent, ne. Tipptopp. Okay. Blau scheint der Kessel zu sein, wo Rest draufsteht. Rest da. Hm. Also da kam jetzt ordentlich Luft. Ähm, ich hab mir jetzt hier was untergelegt. Drüben auch. Da hinten irgendwo. Hinten kann er ruhig ein bisschen absacken. Das ist nicht schlimm. Ähm, und dann tauschen wir das, ne. Ja. 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 so das sind doch mal so geschichten die freunde da oben hinter die beiden sehen ich weiß nicht wie das an gesund kriegt da kommt schon wieder der regen der angekündigt ist aber hochgepumpt und keine fehlermeldung im inneren das ist doch mal mega so jetzt bleibt nur noch zu sagen das alles schön das alles toll ich hatte hier erst die leitung oben rum gelegt verkehrt zum blödsinn habe ich aber noch richtig entdeckt konnte ich hier noch mal trennen und dann noch mal richtig verlegen da ist alles gut jetzt fehlt mir hier noch der kompressor ist so schwimmend aufgehängt aber hier vorne fehlt mir trotzdem eine schraube und die war auch noch nicht fest und dann muss ich diese kunststoffteile hier wo ich die ausgebohrt hat die schraube da muss ich auch noch irgendwie gucken dass ich da das zu ende rauskriegt damit eine neue schraube rein kann dann kann der deckel wieder drauf und das ist das gut das muss man sagen bei dem audi war liegt das ja frei der kompressor und dieses dieser ventilblock das ist optisch ist das natürlich nicht so schön die 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 gammel geschichte ist da schon mehr aber hier unten in dem holm da hat das auto tatsächlich noch nichts das ist alles in ordnung das kann man nicht anders sagen gut ich schraube das wieder zusammen und dann haben wir den fehler zumindest schon mal hoffentlich behoben ihr wart ja nur auf auf nicht öffentlichen verkehrs wegen unterwegs wir waren nur auf fahr drauf und runter ja das meine ich auch einmal die batterie wieder voll fahren das tier an das ist müde wie bolle war anstrengend heute war ein anstrengender tag unglaublich so irgendwelche fahrwerksmeckereien ne musik war gut musik war gut ja das ist gut jetzt haben wir nicht mehr ganz so viele fehler achso den habe ich auch noch gar nicht gezeigt da oben seht ihr den aber da haben wir ja schon alles für da da haben wir schon alles für da scheibe müssen wir noch kleben jetzt müssen wir erstmal das cabrio aus der ecke holen da muss tief drauf damit ich ein alternativauto habe damit wir das hier irgendwie mal auf dem abend machen können ja irgendwie so das ist im moment ja zeitlich alles ein bisschen doof aber dieses auto muss halt zum typ und deswegen müssen wir da so ein paar sachen noch machen stück für stück ärgerlich mit dem scheinwerfer da halte ich mal gucken wann ich das schaffe irgendwie ob ich hier jetzt irgendwie heute oder morgen nicht sondern morgen oder übermorgen ob ich da irgendwie vielleicht an der werkstatt einmal anhalte und einmal nachfragt ob die da einmal ran können ich mache auch noch mal so eine pc-recherche hier auf dem abend beim fernsehen gucken wir noch mal da vielleicht irgendeiner was im weltweiten internet weiß was man tun kann um diesen scheinwerfer zu wieder um diesen scheinwerfer der hier unten drinnen da und drinnen sitzt das mega steuergerät von dem aus diese laststeuerung gemacht wird bei den neuen treckern bei sommer 800 900 700 avario da ist es auch so so unsere generation die wir haben die haben für die für die steckdose hinten für den anhänger für jeden platz eine sicherung also rücklicht blinker hast du nicht gesehen die neuen haben das alle nicht mehr wenn ein fehler ist macht er das ding einfach aus und wenn er feststellt oder fehler ist wieder weg dann schaltet er das wieder zu und so stelle ich mir das hier auch vor nur dass wir den zuschalten noch nicht so funktioniert batterie abklemmen ist noch mal so eine theorie aber ich glaube auch nicht dass das hilft außerdem sitzt die batterie unterm sitz keiner hat bock dazu keiner radio code 12345 nicht dass wir so eine rückwärtsnummer hier fahren dass wir hier monatelang ohne code nee das scheiß gut wir schauen mal ja genau wir schauen mal also ihr lieben das soll es dann auch zu diesem video gewesen sein fix und fertig ist das ganze ding wer lust hat im anschluss wer mag wir packen noch ein zwei pakete aus und dann hoffen wir es hat euch gefallen und dann sehen wir uns zum neuen video wieder bis dahin bleibt uns treu unterhalten ich so ein zwei sachen haben uns erreicht die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und zwar ich schenke dir ein lächel kam ein brief und erst mal denkt man sich ja ein brief kein bezug zu in anführungsstrich machen wir es mal so sagen und dann hat der man natürlich hier wieder auf ja ich dachte sonst was und dann fiel das aber schon raus ja an der seite ja wusste ich ja nicht und dann kommen da diese bilder warum und dann überlegst du ein zwei drei sieben sekunden und dann fällt dir ein ja die szene hast du noch drauf die szene hast du noch drauf das hat axel erzählt das fand ich total geil und dass dann dann noch diese bilder dabei hier landen total cool das war im wagenhof am trecker track und ich stand da ne einmal habe ich gestanden und gewartet und dann habt ihr ganz lieb gewunken dann habe ich noch zurück gewunken okay und dann war ich auf dem weg zurück und irgendwie weiß ich nicht wie das kam schnackte ich noch irgendwo anders und blieb stehen ach was weiß ich auf jeden fall bin ich dann an den zaun gegangen und wie heißt es so schön eure familienfreundin gleich so schnell ran an den zaun und dann gab es ein schnelles bild und daraus hat sich dann dieses bild ergeben total cool sieht richtig richtig toll aus genau freut uns sehr dass wir da auch noch teil dran haben dürfen genau noch was stand noch da drin und hier kommt deine fernpost aus wismar regelmäßig laufen bei uns zu hause deine youtube videos so wussten wir auf diesem event können wir dich mal live sehen und denn es grüßen sebastian der vollbruder landwirt die kinder rafael und adrian youtube mitgucker familienfreundin jule und maria die foto die das foto gemacht hat also rum ja aber irgendwie auf jeden fall war das zack 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 und rucki zucki richtig cool dass da noch ein sound zwischen ist kann man gar nicht sehen an einer ecke so ganz bisschen super cool das freut uns dass das so gut angekommen ist wie gesagt immer keine angst haben wir beißen nicht wir sprechen auch genauso wie ihr richtig super cool hängt mit bei uns an die wand kommen an die wall of fame ne ja finde ich richtig richtig schön so dann geht es weiter leider ohne name kam ohne name und zwar ist das ein putztuch halter für unsere stierwerkbank für die werkbank haben wir so ein paar sachen auf dem auf der wunschliste und da sagte schon jemand das gibt den nächsten livestream schnacki richtet die mobile werkbank ein und das ist auch eine gute idee ich weiß gar nicht ob ich euch das schon erzählt habe vielleicht schon das werden wir machen wir werden in einem live stream diese werkbank fertig machen und pimpen und dann können wir uns ja da an dem abend sozusagen mal über werkzeug unterhalten und was willst du da fluchtartig fluchtartig verließ sie das sinkende shit auf jeden fall werden wir da ein nach mach mal den bildschirm wieder an hallo mitspielen werden wir da ein live stream vormachen wenn der erste schnitt durch ist und werden mal diesen werkstattwagen gemeinsam einräumen war eine super idee finde ich cool und das werden wir machen sehr schön so sieht er aus richtig ja das ist ziemlich egal irgendeiner meinte der ist gar nicht so dolle aber ich sehe da jetzt keine probleme mit einem stück rohr und wenn das hier von der sache her nicht halten sollte weil man meint das fällt weg dann macht man da außen ein träumchen rein und dann hält das also super cool an den unbekannten spender vielen vielen lieben dank das kommt auf jeden fall an unseren schönen wagen dran ja dann sind wir spazieren gegangen ja der hund vorweg der hund vorweg lief um eine ecke es bremste ein auto jeder dachte oh die wollen den hund nicht überfahren nee die wollten anhalten und schnacken und so war es dann auch haben wir uns super nett unterhalten und dann waren wir ja gerade unterwegs dann habt ihr ja quasi die schaufeln hier noch zu hause abgesetzt und dann kam noch sogar ein brief so ein nettes gespräch mit euch liebe grüße dann jelena pia und hannah siehst du und wir hoffen euch hat die folge hier im kino im hof hätte euch oder hat euch denn hoffentlich auch gefallen und das hat und ihr seid noch pünktlich angekommen das weiß ich natürlich nicht so lange wie papa gequatscht hat sie hatten bald sie hat den ball gefunden zack genau papa musste ja so lange quatschen und die kinder wollten los sie hatten angst dass sie einen kinofilm verpassen aber ihr kommt noch mal wieder dann schlüpfen wir noch über den hof und dann ist das alles gut von euch gab es original tja back schaufeln im ostholsteiner grabeformat oder schließlich holsteiner grabeformat nicht so breit bisschen dicker stabiler mega cool und hier mit tee griff mega stark kann faddy aufstehen hat er was zu tun und dann haben wir kann ich wieder los haben wir zwei schöne neue schaufeln super super cool ihr lieben vielen vielen dank vielen dank an alle die was geschickt haben und den brief und also wahnsinn ihr seid der wahnsinn jeder kommentar jeder brief jedes geschenk absolut wahnsinn vielen vielen dank so das soll es endgültig gewesen sein der schnuffi sitzt jetzt da der regen steht da der kommt jede sekunde also erstmal bagger hier rein wir machen feierabend wir müssen den bagger noch rein und die kultur zu gut wir machen noch was neues also wir hoffen es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis dahin macht's gut und tschüss